Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Super Smash Bros. Brawl. Letzte Folge heute im Story-Modus. Ja, beim letzten Mal habe ich euch tatsächlich nochmal angeschwindelt. Ich habe nämlich komplett vergessen, das habe ich sogar noch in der Folge erwähnt, dass es noch die Secret-Charaktere gibt. Die müssen wir uns jetzt nämlich noch holen. Sind die wirklich so Secret? Eigentlich nicht. Es passiert eigentlich nur eine einzige Sache und das ist, dass die Charaktere jetzt einfach nach Abschließen erscheinen. Und zwar in drei verschiedenen Türen. Und die sind nicht mal irgendwie versteckt. Die liegen einfach nur direkt auf dem Weg. Ja, und die holen wir uns jetzt eben heute in dieser etwas kürzeren Folge. Der erste ist im Wald versteckt. Und was nimmt man natürlich besser als Yoshi-Linke-Linke-Linke und Mario. Yoshi-Link natürlich deshalb, weil mit denen haben wir das Ganze damals angegangen. Ich hoffe, ich habe jetzt den richtigen Abschnitt gewählt. Ich glaube schon. Ja, ist der richtige. Das heißt, ich laufe jetzt einfach mal durch. Ha, durchlaufen, das ist ein Thema. Nichts durchlaufen Kampf steht an Natürlich ist jetzt jeden selbst überlassen Ob er den ganzen Storymodus dann Nochmal ist zum Beispiel selbst Alle Level mit seinen Lieblingscharaktern durchspielt Oder, oder, oder Hier ist die erste Tür Mit Toon Link Ja, so einfach sind die Sachen versteckt Ich verarsch euch nicht Mann, hätte man da wenigstens Ein bisschen was interessantes draus machen können Aber offen und ehrlich, einfach nur dorthin setzen Ist ja auch langweilig Ja gut, aber okay Man muss auch sagen, es ist schon ein bisschen ideenreich Wenn man bedenkt Dass man erst nach Abschluss des Storymodus das ganze macht Und wir haben nur ein Leben Das heißt, es zielt jetzt nicht so Wie dass man nochmal einen zweiten Versuch hat Mit anderen Charakter Ich bin hier jetzt nur mit Yoshi Das ganze ist ein bisschen so aufgeteilt Wie, äh, ich sag mal Ihr kennt ja immer diese Ein Herausforderer trifft ein Was es in jedem gibt Zum Beispiel nach dem klassischen Modus Nach dem Prinzip geht das Wir müssen ihn einfach nur besiegen Nein! Das Katapult! Das ist auf der Stage gemein Okay, es ist weg Das Katapult würde ich nämlich nicht überleben Ganz egal, wie viel Prozent du hast Der ist schon hartnäckig Autsch! Der hat, der hat mein Ding aus Ja! Er hat sie verloren Wo ist das letzte Teil? Hier ist es Also wenn es schon nicht normal bekampft geht Dann machen wir es so Das überlebt er nicht mehr Alter, der war jetzt hartnäckig Und? Stage gemeistert, genau Ich muss die ganze Map nicht nochmal durchspielen Zum Glück So weit kommt es auch noch So, das war der erste Streich Next one Müsste Welche war es? Die Ruinen Hier Mit wem haben wir hier gekämpft? Lukas und Pokémon Trainer Dann machen wir das auch Auch wenn das vielleicht ein bisschen dumm ist Aber naja, ich tue es einfach Ich glaube hier müssen wir ein bisschen mehr latschen Aber auch hier ist wieder genau das selbe Prinzip Der Weg liegt offen Ah, die Tür liegt offen Ich meine jetzt beim Waldstück hatten wir noch Glück Dass das halt ganz nah beieinander war Also gleich direkt am Anfang Man muss es so sagen Welcher Charakter? Werdet ihr gleich sehen Und warum sammle ich die so dringend? Ganz einfach erklärt Es gibt den All-Star-Modus später Und da brauchst du aber zuerst alle Charaktere Ansonsten wird der nicht freigeschaltet Eigentlich kann ich mir Zeit lassen Weil die Folge wird eh allgemein sehr kurz So Ne Aber mit Lukas will ich auf jeden Fall nicht den Kampf antreten Ja klar, reich mich weiter durch Überhaupt kein Problem Autsch Autsch Aua Oh man, jetzt kommen die Teile wieder Und der Blasekehr geht mir natürlich auch auf die Nerven Ja klar Schnell durch Extra Leben, nice Ich weiß noch nicht, was es mir bringt, aber egal Ne, ansonsten wird das Ganze jetzt Game Over gewertet Ob ich denn jetzt nochmal das... Huhu, das war knapp Genau hier müsste es jetzt sein Ne, Blödsinn ist die Tür Ich hoffe, ich habe ihn jetzt nicht übersehen Das wäre peinlich Autsch 160% Schaden Das könnte kritisch werden Also ich werde mit Lukas sicher nicht den Kampf antreten Weil da... Ich glaube ich töte mich jetzt kurz Wartet Ich gehe lieber mit Yoshi rein als mit Lukas Jeder, der mir jetzt... Was mir jetzt Unehre unterstellt, von mir aus Aber Wartet Gut Yoshi, hier ist er Wo ist denn jetzt der Teil? Irgendwo muss ich mich jetzt runterfallen lassen Dort bin ich jetzt blöd Genau hier war das Natürlich jetzt ein bisschen Zeit lassen, den Part Können wir natürlich nicht überspringen, weil sonst haben wir ein Problem Autsch Das hat wehgetan Uhuhuhu Ich bin noch da Alles ist gut Ja klar, okay, zerstöre dich selbst Hab kein Problem damit 66% Das ist nicht gut Ja klar, und ich kriege noch mehr Stacheln rein Was ist das jetzt? Yoshi, lebe, lebe Ich gehe in die Tür rein, sicher ist sicher Hier müsste irgendwo eine Tomate sein Okay, das war nur Papier Ich glaube hier war eine Tomate In den Herd sogar Nice Das macht es gleich besser Oder besser gesagt noch einfacher für mich Ich habe jetzt gerade gar nicht geguckt, ob ich vorher mit den vollen Prozent da reingegangen bin So, hier müsste jetzt die Tür sein So ist es auch Es ist Wolf aus der Starfox-Reihe Der Böse Der Böse Der Böse genauer gesagt Ah, der teilt aber auch ordentlich aus Natürlich Ist soweit ich weiß, er war auch nur ein Eco-Fighter Er hat einen Pokéball Oh Gott, nein Stern, du, Stern, du, Stern, du, Stern, du So Das konnte ich, das konnte ich, äh, parieren Nicht mit mir Nein Die Map ist übrigens hier, was ihr seht Lylat heißt die Ist übrigens offizielle Turnier-Map In, äh, Ultimate Machen wir das jetzt so Dabei sind wir noch gleich auf, aber nicht mehr lange Gut, jetzt bin ich groß Und ich habe eine Falle Das kann man gut ausnutzen Scheiße Steak, gib es mir, danke 10% wieder gut gemacht Mal schauen, was du mit 100 1 und 3 Okay, da taus ich schon noch was Smashball Das ist der erste im kompletten Projekt Nein Und ich kann ihn nicht mehr einsetzen Ja, okay Jetzt seht er noch Hirsche mit Flügeln Aber das war's schon Och, Mann, ey Jetzt wollte ich ihm den Smashball eventuell fertig machen Damals hatte Yoshi auch noch eine andere Damals wurde er mit Flügeln bestückt Und konnte Feuer speien So, und der letzte Hier war Fox und Diddy Kong Fuck Jetzt Ja, Falco auch, warte Ich nehme Fox, Falco, Diddy Kong Und schlussendlich wieder Yoshi Ich hoffe, das war jetzt der richtige Wartet Ja, nein Ich kann mich jetzt auch täuschen Aber ich glaube Wartet Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher War's das? Der Sieber's nicht Ne, es ist schon richtig Es ist schon richtig Tut mir leid Ich muss mir halt vorher aus dem Gebiet weiter vorankämpfen Das ist das Problem Also es ist das Gebiet Wo Falco dazugekommen ist Stimmt, das heißt Ein Kampf gegen Diddy Kong Müssen uns auch noch bevorstehen Das wird jetzt ein Zeitchen dauern Ist das nicht sogar das Wo Oh ja Das, wo wir jetzt so richtig blamiert haben Ja gut So kurz wird die Folge wahrscheinlich auch nicht Ich meine Ich könnte natürlich langweilig sein Und einfach Hin und her skippen Aber Das ist nicht meine Art Das war schon mal ordentlich knapp Oh mein Gott Hat das gesehen Und natürlich mit der schönen Musik im Hintergrund So, erste Tür pariert Kommt jetzt das, was ich glaube Noch nicht Aber es fängt gleich an Hier ist der erste Abwind Nicht treffen lassen Oh da Bin safe Ich trau mich schon viel Nicht wahr Ja, ich bin teilweise selbst von mir überrascht Was ich mir hier teilweise Zumute So, bin hier Es ist alles gut Das war alles so geplant Jeder, der was anderes sagt Lügt Grundsätzlich Gut Mal schauen, ob es heute wieder so blamabel wird Wie beim ersten Mal Natürlich kann man hier an der Stelle auch Das, das fehlt mir übrigens bei diesem Story-Modus ein bisschen Nein, nicht da weg Da ist noch einer Und zwar solche Secrets Die halt zum Beispiel nur mit manchen Charakteren zugänglich sind Also ich will jetzt nicht sagen Irgendwelche Schalter- oder Itemtüren Wie es bei Super Mario 3D World ist Obwohl das würde ich auch feiern Also du bist schon da Wo halt so ein Charakterzeichen oben steht Zumindest von der Spielereihe Und man kann das halt Die Tür zum Beispiel nur mit diesem Mit einem Charakter dieser Reihe passieren Zum Beispiel, dass du hier Wo du eigentlich nur Fox und Diddy Kong hattest Zum Beispiel, dass da ein Yoshi oben ist Und das heißt Der Charakter Muss aus der Yoshi-Reihe sein Und das wäre dann halt nur Yoshi selbst Hätte man das eingebaut Das wäre mega episch gewesen Wenn ich so nachdenke Aua 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 Ich hätte eh nichts dagegen, wirklich Und dieses Mal nicht durch Kugel will ich sterben Das war schon wieder ein guter, vielversprechender Ansatz Dass ich mich jetzt blamiere Ich bin aber eh schon am Ziel Wartet, die noch durch, genau Hammer, Bruder Oh Ne, 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 ne He, 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 he Nicht mit mir, hier ist die Tür Rein da Jetzt müsste der Kampf kommen So ist es auch Aufgrund des extra Lebens Ist natürlich auch gut Kann ich nochmal notfalls mit Fox spielen Ah Dich paniere ich Schaut euch den an Der hat nicht mal eine Chance Er reicht dann schon Kann ich den jetzt Kann der jetzt bitte mal rausfliegen Autsch Der Gegner war übrigens auch mega krass damals Also der hat mich fast geschlagen Aua Reicht dann schon Du hast zwei Der hat 201 Ich wollte es gerade sagen Der hat fast 300% Schaden Und fliegt noch immer nicht Wat ein hartnäckiger Typ Genau jetzt sind wir hier Ich dachte damals immer bei der Wüste wäre der Secret gewesen Aber da habe ich mich getäuscht Das war ein komplett anderer Also da wo Olimar und Captain Falcon Ne Wo Lucas und der Pokémon Trainer sind Dabei war der Secret dann doch in der Höhle selbst Und nicht oben an der Oberfläche Warum laufe ich da eigentlich alles zu... Oh, hoppala Jetzt gehe ich hier nicht weiter Jetzt müssen wir erst mal Hammerbrüder klatschen Oder sie klatschen mich Das geht auch Alternativweg Ich wäre das erste lieber gewesen Ah Nein Ich wollte mitten in der Luft noch snacken Den einen Gut, alles überlebt Hier ist der Secret Nein Einmal zurück, bitte Rechlagen Inseg bot Hierher compassion Zeit Pummeluf Oder Pummeluf Ja L mem Hätte ich eigentlich Mussальную Stöhnen Bei mir durchspielen, oder hätte ich ihn sowieso bekommen. Somit wäre es eigentlich egal gewesen. Aber egal, ich nehme die Herausforderung trotzdem hier im Story-Modus an. Dieses Mal mit Diddy Kong. Ich darf mich halt nur nicht einschläfern lassen. Oh, der ist hartnäckig. Ja klar, natürlich, der bricht das Schild einfach durch. Ich bin aber noch gleich auf mit dir. Jetzt nicht mehr. So, was hat er? Die hat eine Knarre. Jetzt nicht nach oben schießen. Bitte stirb. Ich mache das jetzt so. Ist natürlich nicht dumm. Ist das die Pokémon? Ich muss... Das ist das Pokémon Center im Hintergrund als Musik. Kommt, nein. Nein. Ich mache jetzt keinen Scheiß. Hab ihn. Danke. Simpel. Und damit ist die Stage beendet. Und somit müssten wir jetzt auch den All-Star-Mode haben. Das heißt... Ich speichere natürlich mal ganz kurz. Hier. 91 Prozent. Das ist doch eigentlich ganz gut. Finde ich. Und damit beenden wir. Toon Link. Spiele alle Charaktere. Nice, wir haben's. Und das heißt... Wartet. Die ganzen Nachrichten überspring ich. Genau jetzt haben wir All-Star. Nice. Und das heißt, jetzt ist der Sub-Rom-Immissier offiziell abgeschlossen. Leute, beim nächsten Mal geht's weiter dann mit dem klassischen Modus. Und natürlich auch mit den Missionen, dem All-Star und alles, was es sonst hier noch gibt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.